Sonne versus Nebel, das ist das Thema der kommenden Tage und damit Hallo zum Wetter von Wetter.net. Deutschland gelangt zwar zunehmend unter Hochdruckeinfluss, aber mit voranschreitender Jahreszeit, da hat die Sonne gegen hartnäckige Nebelfelder öfters etwas schwer. Auch heute startet der Tag bedeckt oder auch neblig trüb. Die Sonne, die zeigt sich auch im Tagesverlauf eher selten. Nach Südosten und Richtung Alpen, da kann es noch ein paar Tropfen geben, ansonsten bleibt es meist trocken. Die Chancen auf etwas Sonnenschein gibt es am ehesten im Westen und vor allem im Südwesten. Die Temperaturen dazu, heute 9 Grad im Osten, am Oberrhein sind es bis zu 16 Grad. In der Nacht wird es wieder etwas frischer, nur hier an den Küsten ist es mit 11 Grad etwas milder. Nach Süden an den Alpen ist leichter Frost mit um die 0 Grad möglich und im Süden sind die Wolken locker bewölkt. Gebietsweise ist auch mal klar, dann bildet sich aber auch rasch wieder dichter Nebel. Aber gebietsweise gibt es hier Bodenfrost, weiter im Norden sind die Temperaturen etwas höher. Es gibt nämlich auch einige Wolken, an den Küsten kommt etwas Regen auf. In den nächsten Tagen gibt es eine Wetterzweiteilung über Deutschland im Norden und im Osten. Da sind die Wolken meist dicht und vereinzelt nieselt oder regnet es leicht weiter nach Süden. Und Südwesten, da kann sich die Sonne nach dem Nebel zumindest öfters zeigen. Das bei Temperaturen um die 10 bis 16 oder auch mal 17 Grad, das je nach Sonnenschein. Mit diesen Aussichten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis Freitag. Wenn wir uns überprüft, dann sehen wir uns überprüft mit den Vorderflägen. Vielen Dank.